. . . Ist doch Dreck ja jetzt endlich mal alles. Ja. Hallo Freunde, wir sind ja in Sand Förstken. Alphen, Rock & Vegan. Wir haben einen schönen Katerbock hinter uns. Es regnet ein bisschen. Und wir hatten die schöne Freude, einen meiner Lieblingsgastmusik auf der Bühne gehabt zu haben. Und zwar Daniel. Und Daniel auf der Bühne zu haben, bedeutet zum Beispiel... Oder das da? Oder was macht er denn da? Hallo. Ich bin Daniel von Circus Rhapsody. Kommt, ich zeig euch wie ich wohne. ... ... I should know So much better as a rational now And the moments of fear And sensational thoughts All I was Was a chance of escape And misery Sometimes I go home And the hope that no one else has shown Nobody hears me anyway I go up And the love is just the demon signs Inside me everywhere I go I go up And the hope that no one else has shown Nobody hears me anyway I go up And the love is just the demon signs Inside me everywhere I go I am Crack Cannabine I am 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 I am